Ja, es ist satisfying, warum auch immer das satisfying ist, ich weiß nicht warum. Das gefällt mir. Das finde ich ein bisschen geil. Jetzt gefällt es mir gar nicht mehr. Das finde ich jetzt richtig scheiße. Ich dachte, sie lässt das trocken und dann zieht die das raus und dann ist der Dreck draußen aus dem Ganzen. Ich dachte, die macht das sauber. Ich hasse es. Was machst du? Und jetzt kannst du keine Taste mehr drücken. Die Tastatur geht nicht mehr. Du bist dumm. 急's.